Tobi Boy, ich habe einen schweren Auftrag für dich. Was soll ich tun? Es geht um Michael. Michael? Was ist mit Michael? Ich bin mit viel Blut geflossen. Er hat uns verraten. Ich kann das nicht länger dulden. Du musst ihn aus dem Weg räumen. Ihn töten? Michael hat sich immer aus allem rausgehalten. Das kann ich nicht. Wir haben keine andere Wahl. Ich zähle auf dich, Tobi Boy. Bring es noch heute Nacht zu Ende. Nein, nein, aber... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Halt's Maul. Hallo? Oh, scheiße! Fuck! Oh, scheiße! 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 Ich bin doch dein Bruder. Du gehörst jetzt nicht mehr zur Familie. Er ist tot, Vater. Sehr gut, Tommy Boy, sehr gut. Und die Leiche, wo hast du sie? Es war ein Fehler. Er gehörte zu uns. Aber ich hab dir doch erklärt, Tommy Boy. Ich bin nicht mehr dein Tommy Boy. Was redest du da, mein Junge? Es musste sein. Es ist zu viel geschehen. Unsere Existenz stand auf dem Spiel. Dein Erbe. Ich weiß. Er war dein Bruder und mein Sohn, doch. Er hat sich selbst entehrt. Er war ein Verräter. Du jedoch. Du bist ein guter Junge. Du wirst aufsteigen, Tommy. Du wirst dazugehören, glaube mir. Du hast doch keine Ahnung. Niemand wird hier aufsteigen. Was soll das heißen? Was meinst du? Ich habe es ihnen erzählt, Vater. Sie werden jeden Moment vor deiner Tür stehen. Was? Wie konntest du nur? Es ist eine Familie. Ich hätte sießen müssen. Du bist kein Stück besser, als ein verlogener Bruder. Es war ein verbärmlicher, kleiner Weg. Leben wohl, Vater. Ich habe es dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020